Das kann ich nicht genau sagen, was mich da geleitet hat. Ja, also es sind halt eben schon Aneinanderkettungen von Situationen, die bestimmt nicht erfreulich bei Hanna antreffen werden. Ja, zu viel Alkohol im Spiel gewesen. Das war schon ziemlich komisch. Ja, also irgendjemand hat in mein Waschbecken gespuckt. Ich werde auch noch herausfinden, wer das war. Da hat sich ja leider nichts mehr draus ergeben, außer dass ich ja dann direkt gegangen bin. Ja.